ein herzliches willkommen zu einem weiteren let's play part zu wappala hat gerade ein bisschen geleckt zu minecraft und zwar zu meine kraft der reisen wunderbar noch mal mit hintergrundmusik ich finde die eigentlich recht schillig immer so legen uns erst mal schlafen das wird jetzt hier erst mal wieder nacht naja wir werden es überleben und jetzt möchte ich echt mal gern diesen sound ausschalten wartet mal ich kann mal vielleicht kurz gucken meine kraft wind ausmachen so okay da steht leider jetzt gerade nichts tja der m-atmos mod halt vielleicht steht hier irgendwas m-atmos matmos matmos tja anscheinend geht es nicht egal das macht uns jetzt nichts aus ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich was geklant gehabt für heute sondern wieder mal nur so einen geilen rucksack zu bauen dafür brauchen wir aber leder wie ich auch schon mal gesagt habe deswegen werden jetzt auch erst mal zu unserer farm gehen müssen wohl oder übel denn dann werden wir uns erstmal wieder ein bisschen was von dem weizen snacken und hier könnten wir auch mal bald eine brücke bauen das muss ja noch nicht die schönste sein hauptsache wir haben eine das wir die ganze zeit durch dieses hässliche wasser gehen müssen link von der musik wieder in der beschreibung wie immer da ist noch nichts gewachsen ist aber nicht schlimm denn wir haben hier noch vier drin das reicht nochmal für noch nicht fertig naja wird schon noch irgendwann irgendwann solche kommen wir auch mal so ein aufweg so ein schöner nach oben weg wunderbar unsere spitze ist immer noch nicht kaputt gegangen wundert mich gerade schon ein bisschen wir haben es zwar noch nicht oft gebraucht aber trotzdem die geht ja eigentlich immer wieder mal kaputt ja ne komm her wie ich es gewollt habe habt spaß meine kleinen sehr schön das feld muss natürlich irgendwann auch noch erweitert werden ja gut heute ist erstmal der plan auch ein bisschen kellerbau anzufangen der wird dann so ich weiß nicht doppelt reingehen oder dreifach wartet mal ich muss mal kurz mich hier muten glaube ich weil anrufen ist natürlich nie so wirklich gut äh bis gleich und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, bin wieder da, tut mir wirklich schrecklich leid, das war jetzt echt richtig unprofessionell, das tat mir jetzt echt leid, dass ich hier eiskalt unterbrechen musste, aber ihr wisst ja vielleicht wie es ist, wenn man anruft, da sollte man schon hingehen. So und wir sollten aufpassen, dass hier Wasser reinkommt, soviel dazu. So, so, ich muss mich ja nicht jetzt nacksen. So. Eisene. Hat sich halt schon mal gelohnt, ne? Ah, noch mehr Eisen. So sieht man das doch gerne, jetzt ist sie aber auch kaputt, genau, jetzt. Komm, gib her. Scheißblödes Wasser, ey. Wie ich dieses Wasser hasse. Okay. So, ich hoffe, hier ist nicht, okay, passt. 27 haben wir, ich mache wahrscheinlich so bis 30. Ja, bis, äh, bis 30 sage ich schon, 27 haben wir, dann mache ich doch ein bisschen länger, dann mache ich, ja, bis, bis 40 mache ich dann. Das ist gut. 40 ist, glaube ich, weit genug, beziehungsweise lang genug. Sehr schön. Also wir versuchen jetzt hier erstmal auf Höhe, was weiß ich, runterzukommen. Das wäre nicht schlecht. So, wir haben schon mal ein bisschen Stein wieder. Wegen Stein-Farm sind wir jetzt eigentlich, bauen wir hier eigentlich jetzt hier diesen Weg nach unten. Jupp, wir machen Zweierweg, so ist es schön. So. Hintergrund lade ich jetzt gerade, äh, Assassin's Creed runter. Wunderbar. Wuppala. Da hast du ein wenig geleckt gerade. Leider, aber es ist hier nur so. Oh, hier tropft es von der Decke. Da vorne tropft es von der... Oh, Decke. So, jetzt geht es mal wieder hier hoch. Ich meine, 74 dürften für das erste reichen. Alles müssen wir hier noch nicht dicht bauen. Jetzt bauen wir erst mal hier die unschönste Stelle. Und zwar die am Tür. Am Tür, Junge. An der Tür. Da ist es natürlich immer blöd, weil... Ja, muss man die Tür wieder abreißen. Und da bin ich immer ehrlich gesagt ein bisschen faul. So. Wir werden hier auch noch einen Gamin reinstellen. Das soll alles kein Ding sein, aber es braucht halt eben seine Zeit. So, na komm her. Perfekto. Ja, so passt das doch dann. Ah ja, der Boden gefällt mir sehr. Muss ich schon sagen. So. Ich hoffe, das wird jetzt reichen. Ja, ich schätze schon. Bam, 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 bam. So, elf können wir noch eins, zwei, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Perfekt. Perfekt. Okay, das passt nicht. Ich hoffe, unser Weizen wächst jetzt langsam hier wieder mal. Äh, sehr schnell. Nicht langsam, es soll ja schnell wachsen. So. Eisen. Wegen dem sind wir natürlich auch hier unten. In der Hoffnung, solches zu finden. Ja, das Ding geht natürlich auch. Was ist das denn für ein Zeug? Alter. Ich muss mich ja nicht verarschen. Was ist das denn für ein Zeug? Okay, das kenne ich noch aus, äh, also es ist ja Vita Beast, aber das kenne ich aus dem normalen Vita Beast. Was ist das denn für ein Zeug? Ich weiß nicht mehr, wie viel Stein wir jetzt für oben brauchen. Ich würde fast sagen, bis die Spitzhacke kaputt ist, ne? Ich weiß nicht mehr, Bleierz. Okay, das ist Bleierz. Das müssen wir uns echt mal merken. Beziehungsweise ich. Ihr habt es euch bestimmt schon gemerkt, aber ich bin hier wieder vollkommen zu blöd. Da gibt's, ähm, okay, ähm, so, nein, das ist zwar unnötig, dass ich den da wieder hin habe, weil den müssen jetzt eh abbauen, aber egal. Oh, Mann, das dauert echt lang, diese Kacke abzugauen. Besonders hasse ich ja Kies, ey, das ist halt, oh, was ist das? Aber das ist eben auch gut für die Wege, Kies. Dafür ist Kies echt cool. Das wäre unnötig. So. Das eine gehen wir jetzt noch runter. Einfach nur, damit es schön aussieht. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir hier schon ein bisschen hüpfen, damit wir wieder hochkommen. Das ist auch nicht schlecht. Joa. So ist gut. Ja, gut, ich hab gedacht, der Platz reicht jetzt aus, aber das wird jetzt hier ein bisschen eng werden. Aber wir haben ja so viel jetzt irgendwie verschiedene Sachen hier. Aber egal. Schlafen gehen, immer gut. So. Dann. Ja, machen wir das, was wir machen wollten. Beziehungsweise, was wir jetzt halt eben machen, ne? Perfekt. Also, wir kommen gut voran. Viel konnte ich euch natürlich noch nicht von dem Fitepiece zeigen. Beziehungsweise konnte ich mir selber jetzt noch nicht viel zeigen, weil... Als erstes sollte man halt eben schon eine schöne Wohnung haben, finde ich. In der man schön leben kann und dann vielleicht in den Keller gehen kann, wo da dann... Alles darin gemacht wird, was so der Mod beinhaltet. So, da kommt der Keller drum, wird das hier auch steinig. Ich weiß, dass ich das beim Dings anders da habe, aber das war auch nur ein Versuch. Was nicht heißt, dass es scheiße aussah. Es sah für mich ziemlich gut sogar aus. Aber trotzdem. Jo. Hey, Liga. Gehorche mir. Komm, schau. Okay, das könnte jetzt vielleicht in Ewigkeit zu gehen. Weil wir brauchen zwei Steine ab, kriegen dafür zwei Cobblestorm. Ja. Gut, das könnte ein bisschen dauern. So. Das müssen wir jetzt auch mal machen hier. Da kriegen wir jetzt wieder alles. Andere Seite ist dran. Ah, hat schlechten Bug, wa? Voll der geile Geheimblick hier. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt la... Ich kann hier eh zuerst nur die Zweichen setzen. Obwohl da voll irgendein Viech reinkommt, aber egal. Das ist jetzt wurscht. So. So. Da, der Liga kommt da alles da rein. Das brauchen wir hier alles nicht. Blei erst. Das kommt da rein. So, dann gucken wir jetzt ein letztes Mal. Nach da hinten, ob da jetzt genug von dem Weizen vorhanden ist. Ich weiß zwar jetzt schon, dass es nicht so ist. Aber naja. Da ist ja nichts. Das wächst ja gar nicht. Skelett. Premium. Genau da wollen wir dichs haben, Skelett. Was für ein geiler Zufall. Der trifft aber auch immer. Ich habe da ein Knochen. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ich habe da ein Knochen gesehen. Sag mal, spinne ich jetzt? Eins, zwei. Eins. Ach, ich bin doch so ein blödes Opfer. Ich hätte einfach da machen können, dann wäre es gewachsen. Brav, brav, brav. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier zurück zu unserem... Wohl eine Sache könnten wir noch eben schnell machen. Weil fertig gedownloadet hat Assassin's Creed jetzt eh noch nicht. Deswegen... Noch nicht so schlimm. Ich möchte es gleich spielen, weil danach gehe ich... Wohin? Wie schnell man schwimmen kann. Loll. Richtig geil. Zurzeit gefällt mir Minecraft echt richtig gut. So. Davon haben wir jetzt erstmal ein bisschen was. Und wir werden hier, denke ich, Monster... Aber ich weiß nicht so... Dahinten kommt einfach unsere andere Farm hin. So einfach. Der Farm braucht jetzt zwar was vielleicht für nächste Woche... Äh, für den nächsten... Für den nächsten Tag, für den nächsten Part, alles klar. Sucht euch aus. Aber jetzt möchte ich erstmal gucken hier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Das reicht mir persönlich. Zwei, eins, zwei, drei, vier. Okay, ich will da nämlich so eine geile Glaskuppel rummachen. Da kommt der Eingang hin. Davon werden wir zwar jetzt richtig viel brauchen, aber... So. Das erste. Dann hier. Ich meine, das soll jetzt eigentlich einfach auch nur so da sein, damit wir hier geschützt sind, aber trotzdem, dass es irgendwie schübsch aussieht. Dann haben wir hier dann unsere Weizenfarm. Wir haben zwei Samen. Sehr schön. Wir werden zurückrennen schnell und dann werden wir die anpflanzen, bevor wir es dann im nächsten Part nämlich vergessen. Im nächsten Part werden wir wohl ein bisschen Sand sammeln gehen, schätze ich. Schätze ich, wie gesagt. Also, ich weiß nicht schon, dass wir es machen. Ich vergesse es aber eh bestand. So. Mein kleinen Freunde. Eins, zwei. Perfekt. So, dann können wir hier noch ein bisschen was anpflanzen. Alles, was wir jetzt hier im Innotar haben, würde ich sagen. Ich habe mich keine Ahnung, was das hier alles ist. Deswegen pflanzen wir jetzt einfach mal an. Alles kein Ding hier. Tierstrauch sammeln, alles klar. Wassertierschotten. Bam. Dann haben wir hier noch schöne Blümchen. Blümchen. Ja. Blumis. So. Aber ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und sagt einfach mal wieder, tschüss Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Ciao. 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 Vielen Dank.